Berlin-Lichtenberg, 21.15 Uhr, Dienstbeginn für Vera Schmid. Die meisten Fahrgäste steigen erst gleich zu. Vier Quadratmeter Zug, ihr Büro für die nächsten zwölf Stunden. Berlin-Hauptbahnhof, die Reisenden warten schon am Gleis. Guten Abend. Ja, Sie brauchen noch eine Reservierung? Einfach bitte schnell im Restaurant oder gleich da warten. To Italy. To Italy. To Basel. To Basel. Ja. Okay, so you have your Reservierung? Ja, it's one. Deutsch, Englisch, Französisch, die 27-Jährige ist in mehreren Sprachen hilfsbereit. You are coming. Doch nicht alle dürfen einsteigen, dieser Mann will nach Frankfurt. Seinen Tieren geht es nicht gut und er will dort zum Tierarzt, sagt er. Doch er hat kein Ticket und Geld auch nicht. Er muss in Berlin bleiben. Von Frankfurt nach Ingolstadt. Das ist in dem Fall morgen. Ja, heute ist er. Mit den Tieren müsst ihr ja einen Abteil zur Alleinbenutzung haben, also müsst ihr mindestens 100 Euro zahlen. Ja. So, jetzt müssen wir einsteigen. Kurioses im Nachtzug, Vera Schmid ist auch schon mal ein Fahrgast in Köln abhandengekommen. Und da ist mal ein Herr, der wollte mit seinem Hund Gassi gehen, auf diesem Bahnsteig ausgestiegen. Und dann ist der Zug abgefahren und der Herr stand dann immer noch da. Und dann musste er dem Zug dann in Pyjama sozusagen hinterher reisen. Ein wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie im Namen der gesamten Crew. Herzlich willkommen an Bord des City Night Line Zugwest nach Zürich. Mein Name ist Vera Schmid bei Fragen. Und wünschen steht Ihnen mein Team jetzt halt gerne zur Verfügung. Kurz vor elf Nachtmahl zubereiten im Bordrestaurant. Etwa 16 Nächte im Monat pendelt sie zwischen Zürich, Kopenhagen und Berlin. Wenn die Reisenden schlafen gehen, hat ihre Arbeitsnacht gerade erst begonnen. In den meisten Fällen, ja, so zwischen fünf und sieben. Und aufhören. Also eigentlich erst am nächsten Morgen. Wir haben einfach in der Nacht ein bisschen Ruhezeit, um uns dann ein bisschen zu erholen. Drei Stunden darf sie pro Nacht im Zug schlafen. Seit fünfeinhalb Jahren ist Vera Schmid beruflich auf Achse. Wünsche ich Ihnen guten Appetit. Sie sei eben eine Nachteule an das Tagsüberschlafen, habe sie sich gewöhnt. Bevor die Fahrgäste schlafen gehen, Fahrkartenkontrolle im Schlafwagen, außerdem Weckservice und Frühstück absprechen. Einsteigen bitte. Hallo. So. Ja. Would you like to have breakfast in the morning? Yes, please. Okay, so when shall we wake you up? Wann er aufstehen möchte, fragt sie und, lieber Kaffee oder Tee? Would you like coffee or tea for your breakfast? I like coffee, please. Okay. Viel unterwegs und immer im Nachtrhythmus, nicht gerade ideal für eine Beziehung. Also mein Freund, der ist auch, oder war ein Bahner, jetzt hat er ja einen anderen Job, lebt jetzt in der Schweiz. Ja, aber er kennt das, er kennt die Arbeitszeiten, von dem her geht das gut. Ja, das ist gut. Ein Uhr nachts, in Erfurt. Die Zugchefin hat den Bahnhof für sich allein und muss Brötchen holen. Bitte. So, das sind die Brötchen. Gut. Gut, danke. Dass fast alles schläft während ihrer Arbeit, daran denkt sie häufiger. Beim Brötchen holen ist es nicht so. Das ist eigentlich eher, wenn ich dann meine Kontrollgänge nachts mache und dann fährt man eben durch die Nacht und man weiss, all die Gäste schlafen da. Das ist irgendwie schon ein merkwürdiges Gefühl. Ruhe im Schlafwagen, die Zugchefin muss jetzt das Frühstück vorbereiten. Noch drei Stunden bis Frankfurt. Dort steigen bereits die ersten Reisenden aus. Zwei Uhr, jetzt ist die ruhigste Zeit. Abendessen für Vera Schmid und mal ein paar Minuten durchatmen. Ja, doch, das ist angenehm. Jetzt hat man alles eingecheckt, die Gäste schlafen. Die Arbeit ist erst mal getan. Frankfurt und der Main um kurz vor vier. Ankunft in Frankfurt Süd. Mitnehmenfrühstück für die Frühaufsteher. Ein bisschen müde sei sie gerade schon, gesteht Vera Schmid. Doch Kaffee und frische Luft helfen immer, sagt die Zugchefin. Drei Stunden kann sie jetzt schlafen und um neun Uhr ist ihre Arbeitsnacht dann zu Ende in Zürich. Maest очень, dabe ich das nicht. Judge hier hat vor Westen in zwei Stunden. Vielen Dank.